Ja, hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ja, wir sind hier immer noch in einer Niemandswerft. Und, ja. Ich höre einen Hund. Dieser Hund scheint da unten zu sein. Und ich glaube... In dem Gebäude ist nichts. Ja, sehr schön. Ja, genau. Hier in dem Gebäude ist nichts mehr. Okay. Das scheint eine Art Aufzug zu sein. Oder irgendeine Art... Zugang. Okay. Oh nein. Nicht... Oh, Blutungsschaden. Fuck. Ah, fuck. Blutungsschaden. Oh, scheiße. Zum Glück habe ich diese Knuspersteinchen auf Tasch. Aber wie viele? Da ist ein zweiter. Okay, einer unten im Haus. Zwei oben auf der Klippe. So. Au. Genau. Oh, das war gerade mal scheiße. Die Aktion hier. Okay. Versuch's mit nem Schlüssel. Da vorne ist ja noch einer. Ernsthaft? Wollte mich eigentlich veräppeln? Das hört sich aber auch nicht gesund an. Das... Okay. Gegenstand. Große Seele eines verlorenen Untoten und die explosive Wucht. Ich trau dem Frieden hier nicht so ganz. Wow, 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 wow. Fuck. Raus hier. Jo, war klar. Und die beiden folgen mir auch noch. Scheiße. Fuck. Flug schnell weg hier. Folgen die mir immer noch? Ich hoffe mal nicht. Nee, die stehen da hinten jetzt rum. Sehr schön. Den kann ich... Einen davon her... Locken. Bams. Oh, oh. Hallo, Jonny. Das war der langen, ärmliche Jominy. So, ramponierte, schieß mich tot. Hallo. So. Die müssen wir jetzt eigentlich ein ausgeben. Eine Schnapszahl ist entstanden. So. Trio voraus. Jetzt sagt man nicht, der dritte ist da oben. Doch, der dritte ist da oben. Wow. Hallo. Sind die jetzt so doof, hier hochzukommen oder was? Wow. Au. 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 Ernsthaft? Ernsthaft? Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? So, was haben wir hier? Zwei Trum. Falle voraus. Okay. Blutfleck. Öffnen. Ein Großschwert. Sehr schön. So, öffnen wir das mal. Zurück. Au. Das war irgendwie klar. So, Gegenstand aufnehmen. Ein silberner Talisman. Hm. Und wer, wer zum Henker bist du? Ich hab dich zuerst gefragt. Ich, Gavlan. Ah, Gavlan. Sehr schön. Gavlan will, Gavlan deal. Okay. Gavlan will soul. Many, many soul. What you want. Ah, ja. With Gavlan you will, you deal. Ha, 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 ha. Der scheint nicht mehr ganz bei Sinn zu sein. Einsamer Gavlan. Okay, das scheint ein, sagen wir mal, Zwerg. Und trägt der die, äh, nicht Heide? Wie heißt denn die Rüstung? Ähm, äh, Havel? Ja, die Havel-Rüstung müsste der ertragen. So, was hat der denn für uns? Den Ring der Riesen erhöht die Balance, okay. Giftpfeile, okay. Giftiges Moos, giftige Wurfmesser, fauliges Harz. So, sprechen wir. Gavlan will Gavlan deal. Ah, ja. Gavlan was so, what, with Gavlan. Okay, bei denen kann man anscheinend auch verkaufen. Aber so die Sachen, die verkaufe ich natürlich erstmal nicht. Nee, so doof bin ich jetzt auch wieder nicht, so. Ich finde das eigentlich schade, dass ich bei dem... Hm. Nee, ich gebe doch kein 1.200... Oder doch, 1.200 für Giftpfeile kann man mal verwenden, so. Öhöht die Balance. Hm. Nee. Many deal, many thanks. Ah, ja. What? Gavlan with... Gavlan! Ja. What? With Gavlan! You. Go home. Natürlich gehe ich heim, Gavlan. Was dachtest du denn? So, ich trau den Frieden hier nicht. Vielleicht sind hier wieder... So ein paar Brummkäfer. Achso, da können wir nicht durch. So, können wir da längs. Natürlich. Au. Wahreger Gamaschen. Wow. Okay. Okay. Okay, das Ding... Das gefällt mir nicht so wirklich, so. Okay, jetzt... Okay, jetzt... Wir läuten eine Glocke und... What the fuck? Okay. Okay. Ernsthaft. Es kommt... Ein Schiff. Ich sollte definitiv weniger trinken. So, ich trau den Frieden hier immer noch nicht so ganz. Also lass ich das mal besser. Die... Das ist ein Artikel da vorne zu erstehen. So. Denn... Nein, ich möchte nicht die Treppen runterfallen. Versuch unten Abkürzung, okay? Versuch unten die Abkürzung zu nehmen. Nee, danke. Was nützt mir eine Abkürzung, wenn hinter mir noch ein paar Feinde sind? Ja, jetzt habe ich den ersten angelockt. Sehr schön. Wo bist du? Hallo? 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 Ja, war klar. Au. Au. Ernsthaft? Drecksviech. Und darum schießt jemand auf uns, war klar. Ernsthaft? So, will ich den Stink aufnehmen? Ah, ja. Okay, der ist auch wach. Sehr schlimm. So, wir kommen. Würde eher gesagt, auf Wiedersehen. Wahriger Rüstung. Was... Was bringt die ein? Na? Okay. Banditenaxt und die Banditensachen. So, wir haben 10.000 Seelen. So, was steht da oben? Vorsicht vor oben. Kurz gesagt, Hinterhalt. Okay. Hallo? So ein Trottel. What a douche. Öffnen. Und? Kein Mimic. Reparaturpulver und eine Titanitscherbe. Hallo? So. Okay, von hier aus kommen wir nicht hin. Schade. Ey, ich fühl mich etwas verarscht. Es wurde gesagt, hier wäre irgendwo eine Abkürzung. Entweder habe ich die schon längst verpasst. Oder es gibt gar keine Abkürzung. Ich fühl mich verarscht. Jetzt mal ernsthaft. So, denn... Wo geht's denn hier weiter? Okay, da ist der tote Wauzi. Oh. Ein Fahrers... Weilsfeld benutzen? Ja. Gerne. Ähm... Hä? Okay, und was bringt das? Hä? Können wir das Teil abschießen, oder wie? Nee, was passiert, wenn wir dagegen schießen? Nichts. Hm. Hat es mir jetzt nur etwas die Sicht erhält, oder wie? Fuck. 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 Okay. So. Ähm... Komme ich da irgendwie wieder hoch? Natürlich nicht. Hm. Denn, da wir ja ein Heimatknochen haben, oder wir haben ja zehn Heimatknochen, werde ich den benutzen, mich nach Majula teleportieren lassen. Und, weil ich hab jetzt ja etwas überzogen, so wie mir scheint, werde Majula im nächsten Part den aufleveln. So. Denn bis nächstes Mal tschausen. Oder, nee, warten wir noch bis, äh... Das Teil durch ist zu. Tschüss. Tschüss.